Connections Company, Menschen und ihre Ideen Guten Tag, mein Name ist Andrea Rausch, ich bin Business Trainerin für Team- und Führungskräfteentwicklung und ich habe die Phoenix Sander Seminarreihe ins Leben gerufen. Diese Trainings sind langfristig ausgerichtet und es geht in erster Linie darum für die Teilnehmer, dass sie ihre hinderlichen Verhaltensweisen in förderliche Verhaltensweisen umwandeln lernen. Außerdem werden die Trainings von einem externen Institut mit Fragebogenerhebungen und Auswertungen begleitet, so dass Sie als Firma im Anschluss zwei Ergebnisse haben. Einmal von mir als Trainerin und einmal von dem externen Institut eine Auswertung, was hat das Seminar und das Training jetzt wirklich gebracht. Bei den Team-Trainings geht es um Themen wie Team-Meetings effektiv und effizient anstatt drei Stunden ohne Ergebnis, Anerkennungsrunden anstatt Kritik und Meinungen und wie funktioniert unser Chef und wie können wir ihn bestmöglichst unterstützen. Bei den Führungskräfte-Seminaren geht es um die Führungsstile, welche werden hauptsächlich verwendet und welche kann ich mir noch aneignen, um die Ziele besser zu erreichen. Es geht um die Phoenix-Sarder-Methode, das ist die Methode, die Verhaltensweisen umzuwandeln, die Hinderlichen in die Förderlichen. Und es geht um nützliche Werkzeuge und Konzepte für Führungskräfte. Wenn ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe, vereinbaren Sie einen Termin. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, Sie sehen.